man kann es auch mit der wii brille spielen mit der wii brille was ist denn litter box mode ach guck mal die katzen der anlock sie kannst du auch spielen mönchengatze findet alle toll kann man ja rufus nehmen wie nur rufus oder aha ach guck mal das sind die ganz verschiedenen maps weihnachten alter kaufhaus halt ach so sieht ach so man kann ok wir machen einfach mal go und ich glaube dann haben dass du da wieder den anderen echt habe ich nicht rufus genommen ok leute ich bin ich bin sprachlos begeistert hier gerade wir schmeißen jetzt die sache runter und das wort ach so diesmal hast du ja keiner hier runter schmeißen soll ne wir können uns jetzt hier ganz gemütlich jetzt hier angucken weg hier den scheiß braucht keiner ah toll ok ok astronaut hat sie mir erst gleich ok ja runter damit ich glaube das ist habe ich jetzt ein kaufhaus genommen oder habe ich jetzt ein museum genommen museum museum ich wollte das kaufhaus und dann damit ach guck mal hier können wir die ganzen katzen freischalten so 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 aha die guckt so ein bisschen komisch oder ja oha ok oh weia ey oh weia ey ja irgendwie ist das game wirklich schon putzig gemacht ja kann man schon wirklich sagen hallo genau du darfst auf die seite fallen oh ha fun oh oh haben wir jetzt alle hier aus dem raum mitgenommen ja man kann es wirklich spielen wenn du eine aggression hast oder langweiler oder langweiler ja oder langweiler ist ja eine kaputte an mir was hat denn scheiß so oh eine kleine stadt eine kleine stadt und die katze macht einen kaputt siehst du warum müssen sie denn immer riesen sein kann nur eine riesen katze sein es ist der wahnsinn gucken wir uns hier natürlich so ein bisschen um nur und wenn wir die gerne noch das kaufhaus angucken und dann nix sprachen hallo ok warum steht ihr im totenkopf warum 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 Alles raus, ey. Man kann Katzen nie alleine lassen. Merkt euch das. Ihr seht, was Katzen machen. Ja. Das hat die piept. Das war ne Funke. Ne Funke. Warum ist denn die da schon kaputt? Wir sind da zuerst, wenn du weißt, oder? Haben wir das schon umgeschmissen? Ne. Ist ja jetzt so doof. Okay, wir schieben das mal hier runter. Ey. Du kannst jetzt hier drinnen rumlaufen und alles runterschubsen. Das war der Riesen-Dino. Also der Dino. Für den hatten wir noch ne, oder? Ne. Ey, toll. Was ein Betrug. Ist das ein Scheiß, ey. Also wir werden jetzt auch gleich mal wirklich ins Kaufhaus und dann, äh, Alter. Wir werden auch von den Let's Play machen. Pff. Ja. Okay. Ich glaube, damit haben wir das Museum abgefrühstückt, oder? Sind uns wie mal Katzenbeine? Weiß ich nicht. Kann ich dir jetzt noch nicht ganz genau beantworten. Die Katze ist auch ziemlich langsam. Also wir watschen jetzt hier mal ganz langsam. Ja, dadurch, dass hier so stark ist, kann es auch langsam sein, oder? Ja, der hat ja Halkbeine und kann ja auch schneller laufen. Hast du das hier? Machen wir kaputt. Umschweißen. Hallo? Umschweißen. Und jetzt unsere Beine gerade pennen. Ja, die müssen wir jetzt nicht sehen. Oh. Upgrade. Das Wort. Ah, okay. Oh, Nubis. Aber im ersten Halbjahr habe ich das immer noch nicht hergestellt, wenn diese Gläser. Da hast du Gläser runtergeschmissen. Auch blaue, also wie es angezeichnet war. Tja, ich kann dich nicht ganz genau beantworten. Ich habe wieder neu ein Upgrade. Dann kann ich dich nicht ganz genau beantworten. Vielleicht steckt das Spiel noch in der Beta-Phase, bevor es wirklich rauskommt. Ich sehe. Stimmt aber nicht. Aber ich glaube, wir haben alle Katzen soweit. Wie Sherlock bis jetzt so ist, also geil. Also eigentlich wirklich sehr cool gemacht. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich kann ja nicht endlich erwarten, wie bei ihr geht. Also, das ist cool. Auch so mit den Leuten kann ich ja untersuchen und muss dann, ja, die ganzen Merkmale von denen identifizieren und so. Sehr cool. Ich kann es nur empfehlen. Jo. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt bin ich gerade an so einer Stelle, wo ich gerade echt nicht weiß, was zeig ich denn jetzt machen. Na ja, dein gelber Strich, da ist man da eigentlich nicht. Ne, ne, ich meine bei Sherlock. Achso. Ja, hier in der Litterbox-Mode ist es nur da drum, du kannst dir alles angucken und alles runterschmeißen und so fort. Also, ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Hier, mal quit jetzt. Und dann gehen wir mal kurz ins Kaufhaus. Achso, da zählt das natürlich nicht, oder was? Du musst Object-Mode machen. Kollektion. Trophäen. Unlock new cat. Also, das sind die ganzen Trophäen, die man bekommen kann in diesem Spiel. Ich bin... Wow. Achso, ja, nur eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Oh Gott. 267 Fotos gibt es. Von Katzen in diesem Spiel. Kann man die jetzt natürlich... Und dann kann man sich die Fotos angucken. Ja, haben Fotos an sich. Okay, wir haben noch nicht alle Fotos, wir wollen uns natürlich... Und dann haben wir jetzt Play of the... Ha, 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 ha. Okay, wollen wir ins Kaufhaus kurz gehen? Ja, gehe ich ins Kaufhaus. Okay. Wir gehen ins Kaufhaus. Letztes Spiel habe ich noch... Also, habe ich wirklich nachher nicht durchgespielt. In Nero. Habe ich zwar für die PS3 noch da drüben zu stehen, aber irgendwie... Also, die Umgebung ist... Also, die Umgebung ist... Hast du überhaupt angefangen zu spielen? Was? Na, wie mehr was? Ja. Du ja auch. Ja, deswegen ja. Ich wüsste nur die Schaffee auch. Du hast es ja nie bei der gespielt. Ja, aber ich habe das angefangen und dann habe ich das noch nicht mehr bei der gespielt. Warum auch immer. Wann denn? Weil wenn ich zu Hause bin, ich will mir ja immer zusammen. Oh. So, und jetzt kann man hier einfach Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Ich werde wahnsinnig. Äpfel. Wer will denn sowas? Das würde... Das Fleisch würde da keine Katze runterschmeißen. Ne, würde ich nicht auffressen. Ja. Ich würde damit durch die ganze Wohnung rennen. Oh nein. So. Hast du die Stimme auch gerade gehört? Hm. Okay. Also, Kaufhaus ist schon ein bisschen cooler, weil hier schon ein paar mehr Sachen rumstehen. Ja, das ist meine Frau, ja. Freundin. Die Frau. Warte, war die Stimme schon wieder? Sagt die, yeah? Hm. So, jetzt mal runter hier runter, 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 runter. Was wollen wir denn heute eigentlich noch spielen? Habt ihr irgendeine Idee? Habt ihr auf irgendwas Lust? Haut's mal einfach in den Chat drin, dann können wir darüber reden, weil ich glaube ich gut gegen, äh, 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 ja, drei Tage spielst. Weil, wir haben alle gesehen, was von dem Spiel zu sehen jetzt. Mein Freund, aber jetzt viel spielst du bis zum Ende. Na klar. Leute, also wisst ihr, was auf dem Kanal bald kommt. Let's Play von Katalral Damage. Habt ihr mir nicht zuverdanken? Wie hast du gestern gesagt? Ja, naja, das ist das für Fun-Spiel, ne? So, erzähl mal woanders in mir, denn diese Regale sind ja scheiße. Ich will ja nicht wissen, wie viele Sachen du hier runter schmeißen kannst. Wir haben 500 und haben gerade mal ein Viertel. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na gut, dass ich das nicht wieder einräumen muss. Ja. Stell dir vor, du musst jetzt in den Kaufhaus arbeiten. Und das ist dein, du bist alleine. Und ich werde es wieder raus und krank schreiben lassen. Ja. Ach so, wir zocken hier durch, natürlich. Dann müssen wir aber jetzt aus diesem Modus rausgehen, weil der bringt uns nicht viel. Nachher schlafen wir ja alle ein. Weinflaschen! Das ist hier so billig, weißt du. Das muss hier so irgendein 0815 Laden sein, weil, äh, das ist ja bloß Plaste-Wein. Also, oder Tetra-Pack-Wein. Und, was hast du so dazu? Ich war ja schon gestern, wo du mir den Fehler gezeigt hast. Du warst von begeistert. Wenn du mir dann irgendwie nur erzählst, dass du teuer bist, zeigen wir dann auch wieder so. Ja, alles klar. Jetzt steht ja noch ein Spiel auf die Liste, aber den spielen wir auch irgendwann im Livestream. Du musst bloß mal gucken, wann ich mir die Pole. Aber dazu sag ich noch nichts. Irgendwann mal im Livestream. Ja, genau. So passiert das bald. Das dauert nicht lange. Okay. Ja. Hast du, hast du denn einen Spielewunsch, Ingrid? Nee. Du hast keinen Spielewunsch? Nee. Warte mal, was ist das hier von, guck mal. Was ist das da von Zeichen? Hier. Katzenkopf. Haben wir noch irgendeine Katze? Kann sie überducken, guck mal. Ja, haben wir. Oh, habe ich, ja. Minecraft Hammer. Aber, pfff. Nee. Muss jetzt nie sein. Da war's, bitte, Konto. Müsst' ich mal gucken, wa? Wenn nicht, kann ich dir mal schnell zum Installieren reinmachen. Oh nee, das dauert nicht lange. Moment, ihr seht mal ganz kurz ein... Piep. Piep. Ha, das macht so ja piep. Oh, wir arbeiten an der Kasse. Oh, in der Kasse. Kein Geld, nischt. So, erst mal runter. Ich guck mal ganz kurz, ihr seht mal ganz kurz ein... Oh, warte mal dahinten, das ist noch eine Kasse. So, runter damit. Schaffen wir das? Ah, das ist noch eine Kasse. Cool. Haben wir geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat, aber... ...hat was gebracht. Ach, das scannt die. Verschwinden die denn? Wenn die scannt... Ah, drunter hier. Nee, das qualmt nur. Alles klar, ihr seht mal ganz kurz ein Wartewildschirm. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob sonst das hier. Oder das hier, oder das hier, oder... Moment, ich muss ganz kurz in die Optionen. Spiele. Was hab ich denn installiert hier? Hab ich wahrscheinlich nicht, hab ich nicht, nee. Aber ich hab das hier. Oder das hier. Ich hab jetzt nicht allzu viel installiert. Oder wir spielen Ezra. Ezra 1. Es ist die Frage. Also, ihr könnt ja... Ich stell euch jetzt mal... Ja, Battlefront, ja. Dann müssen wir aber den Stream für bestimmt eine Stunde unterbrechen. Hast du Battlefront drauf? Ich glaube, ich hab. Okay, warte mal. Das entscheiden wir gleich, weil aufs Battlefront hätte ich auch ein bisschen Bock. Aber dann müssen wir kurz Stream-Pause enden, weil... Ach nee, können wir eigentlich auch weiter streamen? Dann... Aber dann muss ich ja sowieso beenden, weil... Ah, weil wenn du das Spiel beendest, dann musst du den Stream wieder neu starten. Ich hab noch nicht hier so ein Zwischengerät, wie ich über PC-Streamer drin hab. Moment, ich kann ja mal ganz kurz... Guck nicht. Sag euch mal, was wir haben. Warte. Was können wir denn anbieten? Battlefield 1. Hm, nee, jetzt gerade nicht so. Denn Trackmania. Paladins Overwatch. Oder hat denn hier noch so viel Kram installiert? Ezra 1. Hm, Lovers. Äh... Was haben wir noch? Titanfall 2. Nee, Battlefield... Äh... Schmeiß mal hin, bitte. Bei dir die CD. Und dann kann man gleich sagen, wie lange wir das unterbrechen müssten. Overwatch. Okay. Ah, ist ne Idee. Aber dann ist der Stream trotzdem kurz aus, weil ich muss das Spiel wegsehen. Ähm, sagt nämlich Playstation, ey, äh, äh, das Spiel ausgemacht, das Spiel mit beendet. Also, nicht wundern, aber wir sind dann innerhalb von zwei Minuten ja da. Ich muss mir extra hier noch ein Gerät, denn zwischen Kloppen hier irgendwann muss ich mir mal holen. Irgendwann mal. Aber das zeigt schon seit 100 Jahren. Okay, wir quitt nochmal hier, gehen wir mal raus hier, gucken wir nach, ob wir da noch so viel Level haben.